Furchtbar, echt furchtbar. Da gibt es doch viel, viel, viel bessere Methoden. Jo, da ist das Paket und jetzt kommt der schöne Teil, wenn man ein neues Paket bekommt. Furchtbar, echt furchtbar. Da gibt es doch viel, viel, viel bessere Methoden, umweltschonender und vor allen Dingen nichts, was so leicht durch die Gegend fliegt, wenn man was rausnimmt. Das ist echt nicht notwendig. Scheiße. Ja, wenn man dann versucht, dass nicht alles durch die Gegend fliegt, dann geht schon mal leider so eine äußere Verpackung kaputt. Super, super, super ärgerlich, ärgert mich richtig. Schade, wirklich schade. Es ist zwar nur die äußere Umverpackung, trotzdem ist das nicht notwendig. Nicht schön, aber es reißt wenigstens nicht weiter aus. Oh, man sieht es nicht allzu doll. Aber das sind mir nicht die Freude an meiner neuen Uhr, die angekommen ist. Heute ist der letzte Tag meiner eine Woche am Arm mit meiner Mühle Panova, sodass diese Uhr hier quasi punktgenau richtig kommt, um die nächste Runde eine Woche am Arm zu starten. Und es handelt sich dabei um die Circular Pro Trail. Tolle Uhr, ich packe sie auch mal kurz an den Arm. Dafür muss natürlich meine Mühle Panova erstmal runter, genau wie die Folie vom Glas. Tolle Rückseite, echt schön. Ja, wie gesagt, Panova runter, Pro Trail drauf und die Uhr sieht in Live noch so viel besser aus als auf den Produktfotos. Ich freue mich da total drauf. Das Metall ist richtig schön dunkel. Die Kanten sind nicht ganz so scharf, aber alles das erfahrt ihr in meiner eine Woche am Arm. Freut euch drauf.